Wenn ihr euch irgendwo neu vorstellen müsst, oder wenn ihr einen Raum betretet und müsst euch, ich bin der und der, schreit ihr doch nicht, macht das also bitte leise. Und stellt dir doch mal vor, wenn du mehrere Geräte, wir wollen doch mehrere Geräte, wenn die alle laut schreien, ich bin braun. Das geht doch auf die Nerven.